Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 3. So, Team Deathmatch oder Absturzstelle? Absturzstelle oder Team Deathmatch? Ich kann mich nicht entscheiden. Absturzstelle. Ja, ich habe die Modus gewechselt. Ich bin jetzt von dem Jäger-Server runter. Bin aber immer noch in derselben Aufnahme-Session, kann man sagen. Hab mir gedacht, ein bisschen Abwechslung muss da doch mal sein. Bin jetzt hier auf einem Server, der wieder durchwechselt gelandet. In gerade, wo ich reingeschmissen wurde, fröhlich, gab es erstmal eine Runde Team Deathmatch. Entschuldigung, da muss ich husten. Die Kills am Ende habe ich aufgenommen. Das mache ich so und so, wenn ich Solo spiele, ohne aufzunehmen, dass ich dann die Kills am Ende so ein bisschen aufzeichne. Um dann vielleicht mal irgendwie so eine kleine Collage von zusammenzuschneiden. So, und in dem Sinn jetzt, Absturzstelle, auf wie geht's. Ein bisschen Abwechslung muss ja dann doch sein. Und ich wollte ein bisschen Abwechslung haben. War aber auf jeden Fall gar nicht, weil irgendwie anderthalb, zwei Minuten drin habe ich in der Zeit erst mal noch sieben Kills gemacht. War schön. Und jetzt zum ersten Mal ein Swarma. Wow. So, schauen wir mal. Hey, die Kapsel nähert sich. Sofort sichern. So, wo ist die Kapsel? Wo ist die Kapsel? Wo ist die Kapsel? Wo ist die Kapsel? So, ne, ich mein Freund. Hier. Hupala. Ja, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie irgendwo. Diese Map ist ja normalerweise nie unter so'n guten Stern hier für mich. Na, lieber komplett. Hohe Rüstung. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Aus meiner persönlichen Sicht zumindest. So, wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Hier. Na, verdammt. Jetzt habe ich auch wieder vergessen. Wie schmeiße ich so'n Ding? Ist das lange her? Meine Güte. Deswegen sage ich, ich mag keine Schilder. Muss ich jetzt erst mal wieder gucken. Verdammt, wie hätte ich sie schmeißen müssen? Dann hätte ich mir jetzt erstmal das Ding vor dem Tor in die Fräse rein, ne? Aber nein, egal. Wir haben die Abstoßstelle abgeregelt. Was ist denn mit denen los? Ähm, der ist mir unheimlich. Da gehe ich weg. So, Radarverbindung. Nice. Wie geht's? Oh, drei Mannen gegen zwei. Ah. Unausgewogene Militen. Na ja. Ich bleib da, wo ich bin. So, wo seid ihr denn da, die Jungs, ne? Vergess auch wieder hier jetzt die Panzerung zu aktivieren, weil ich es jetzt bei Jäger ja nicht gebraucht habe. Da muss ich unbedingt dran denken. Oh, die kann dann doch mal das Leben retten. Tja, wer nie aufpasst, die mir strahlt auf die Kugel, ne? Ist mir auch schon auf genug so gegangen. Außer, dass ich meistens nicht einfach still in der Gegend rumstehe und mich dann wundere, wenn ich abgeknallt werde. Na, Jungs, wo seid ihr alle? Schöne Scharfschützengewehr. Oh, okay. Ich glaube, das hat er sich anders vorgestellt. Bäm. Einer mit Bogen. Ah, ja. Den Bogen benutze ich eigentlich viel zu selten in anderen Modi. Müsste ich auch mal... Oh, Schreck. Öfters machen. Gut, so, leider. Ich habe fast wieder auf den Friendly geschossen. Ich muss mir das Friendly Fire abgewöhnen. So, die beiden machen hier schon mal nichts. Rad. Ja, auf zur Absturzstelle. Die sollten wir vielleicht mal sichern. Das gibt nämlich auch gut Points. Verbündete Setskampfschlitzel ist unterwegs. Sehr schön. So, auf ihr Ränder. Bewegen. Bewegen, bewegen, bewegen. Ach, der, auf den ich geschossen habe, war es noch nichtmals. Okay. Trotzdem, mehr bewegen. Uiuiuiuiuiuiui. So. Äh, Mist. Äh, Mist. Okay, das hätte mich eh gekillt. Du bist Friendly, von dir möchte ich nichts. Aber da hinten muss irgendwo die Action sein. Da ist noch da einer. Oh, verdammt. Ich habe mich da umgekriegt. Aber zumindest hat zwei Teamkameraden gemacht. Klang aber ungesund, Junge. So, Panzerung, Gun. Ja, es war ein Gegner. So. Oh, okay. Jo, ein bisschen unausgewogen ist gut. Jetzt ist das andere Team irgendwie deutlich überlegen. Aber na gut. Es ist irgendwie trotzdem ausgewöhnlich. Wir haben ja schon die meisten Punkte, von daher. Aber den Siegwoll will ich natürlich auch nicht hergeben. Upsala, nicht baden. Das ist echt so eine Gefahr mit diesem Friendly Fire, wenn die Jungs einen direkt vor die Flinte laufen. Ja, hier hinten ist das auch wieder einer. Ja, wo bist du? Den haben wir uns geholt. Oh, wie geht's? Oh, wie geht's? Schnell, schnell. So, nachmalen. Und natürlich richtig laufen. So, da hinten ist wieder noch ordentlich was los. Da gehen wir doch mal hin. Im Sieg gestorben. Ei, ei, ei. Egal. Geschafft. Hm, was ist das denn nettes? Ich hoffe aber nicht, dass das Friendly Fire ist. Dann bin ich irgendwie ganz schön mies. Egal. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis wieder als Let's Play Crysis 3 Multiplayer. Tschööööö.